Wenn wir uns waschen, kann das gefährlich sein. Gefährlich für uns und für die Umwelt. Natürlich müssen wir uns waschen, denn ohne Sauberkeit und Hygiene gibt es kein gesundes Leben. Und in Deutschland werden zwei Drittel mehr Seifen und Duschgels gekauft, als noch vor Jahren. Doch ein Mehr an Seife heißt auch ein Mehr an Verpackungsmüll. Und je mehr mit Seife und Duschgel gewaschen wird, desto mehr gelangen Rückstände der Inhaltsstoffe auf unsere Haut, ins Abwasser und in die Nahrungskette. Es lohnt sich also, nachhaltige Seife und Gels zu kaufen. Unsere Testerin Carolin möchte eine Seife mit natürlichen Inhaltsstoffen. Deshalb kocht sie heute ihre Seife selbst. So bekommt sie eine Seife, die ganz natürlich ist, ohne künstliche Zusatzstoffe. Also ich finde es super, dass ich ganz genau weiß, was drin ist. Ich habe die Inhaltsstoffe selber ausgewählt und weiß, dass sie entsprechend natürlich sind. Auf der anderen Seite ist der Zeitaufwand von fünf Stunden wirklich nicht zu unterschätzen und der Aufwand, der eben auch dahinter steckt. Fünf Stunden für eine Seife ist eine lange Zeit. Deshalb ist Carolin auf der Suche nach einer natürlichen Alternative, die sie kaufen kann. Diese Alternative bietet das Start-up Everdrop. Das 2019 gegründete Unternehmen produziert nicht nur Haushaltsprodukte wie Putz- oder Waschmittel, sondern auch Handseife, Shampoo und Duschgel. Alles so umweltschonend wie möglich. Die Flaschen sind aus Glas oder Plastik und immer wiederverwendbar. Die Verpackungen aus Papier, keine unnötige Chemie, kurze Transportwege und vor allem kein Plastikmüll. Und Mikroplastik kommt auch nicht in die Flasche. Chris Becker ist einer der beiden Gründer. Unser großes Ziel ist ja, Einwegplastik, CO2-Emissionen und unnötige Chemikalien im Haushalt zu vermeiden. Und da war der Weg vom Putzmittelschrank bis ins Badezimmer ehrlicherweise nicht sehr weit. Und gerade auch im Bereich Kosmetik und Pflegeprodukte wird fast immer in Plastik verpackt. Und auch sehr viele Inhaltsstoffe sind bis heute sehr in vielen Fällen fragwürdig. Und genau da setzen wir an. Wir haben mit einem eigenen Personal-Care-Team Naturkosmetikprodukte entwickelt, die nicht nur schon zur Haut, sondern eben auch zur Umwelt sind. Das Unternehmen produziert Seife und Duschgel nicht als Gel, sondern in Pulverform. Wenn sie in Wasser aufgelöst sind, kann man sie benutzen. Marcel Becker, Leiter der Produktabteilung, erklärt, dass nicht nur die Verpackungen des Start-ups frei von Einwegplastik sind, sondern auch Seifen, Duschgels und Shampoos ohne künstliche Zusatzstoffe produziert werden. Im Vergleich zu vielen anderen Produkten nutzen wir zertifizierte Tenside, also waschaktive Substanzen auf pflanzlicher Basis. Für unsere Handseife und unser Duschgel zum Beispiel nutzen wir ein hautfreundliches Tensid auf Kokosbasis. Dass Plastikverpackungen umweltschädlich sind, wissen die meisten. Aber wer weiß, wie gefährlich Mikroplastik in Seifen, Cremes, Gels, Shampoos und Kosmetik ist. Als Mikroplastik gelten alle Kunststoffteilchen, die kleiner als 5 mm sind. Die meisten Plastikkügelchen aber sind unsichtbar, nur 0,001 mm groß. Leider ist Mikroplastik überhaupt nicht biologisch abbaubar. Das ist genau das Problem. Die Teilchen werden zwar immer kleiner, aber sie bleiben eigentlich für immer in uns oder in unserer Umwelt. Aber warum wird Mikroplastik überhaupt in Kosmetik, Seifen und Shampoos eingesetzt? Das wollen wir von der Dermatologin Cecilia Dietrich wissen. Es gibt ganz unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten für Mikroplastik in Kosmetika. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal kleine Mikroplastikteilchen, die man zum Beispiel in Peels, Peelings einsetzen kann, zum Beispiel in Duschgels, um Hautschuppen schonend zu entfernen. Wir können aber zum Beispiel auch flüssige Kunststoffpartikel einsetzen, um Cremes einfach geschmeidiger zu machen, weil Kunststoffe sehr gut Flüssigkeit binden können. Doch wie sehr schadet uns das Mikroplastik auf der Haut? Ja, wie schädlich Mikroplastik für die Haut ist, kann man ehrlicherweise heutzutage noch nicht richtig sagen. Wir haben eine bestehende Hautschutzbarriere, die in der Lage ist, kleine Partikel wieder auszuscheiden. Zum Beispiel, wenn wir akzidentiell ein Sandkorn verschlucken. Wie ist das aber bei Haut, die vorgeschädigt ist zum Beispiel, oder Schleimhaut, die vorgeschädigt ist, das wissen wir noch nicht. Dafür brauchen wir noch Studien. In Deutschland fallen jedes Jahr pro Kopf 4 Kilo Mikroplastik an. Doch nicht alles spülen wir durchs Waschbecken in Flüsse, Seen und Meere. Denn wir alle nehmen Mikroplastik auf, jeden Tag, im Schnitt 5 Gramm pro Woche. Das Plastik in uns wirkt wie ein Schwamm. Es bindet Schadstoffe, Pestizide und andere Umweltgifte. Höchste Zeit also, auf Mikroplastik in Pflegeprodukten zu verzichten. Die Auswirkungen von Mikroplastik auf den Menschen lassen sich aktuell noch nicht genau abschätzen. Da ist die Studienlage noch nicht so weit. Man geht aber davon aus, dass sie schon Auswirkungen auf den Körper haben, dass sie das Herz-Kreislauf-System beeinflussen, zu hormonellen Veränderungen führen und auch zu Fettleibigkeit führen können. Aber wenn Mikroplastik nicht über die Haut aufgenommen wird, wie gelangt es sonst in unseren Körper? Mikroplastik in Abwässern wird von Kläranlagen nur teilweise gefiltert. So fließen trotz Abwasserreinigung jedes Jahr in Deutschland rund 112.000 Tonnen Mikroplastik in unsere Seen, Flüsse und Meere. Und dort nehmen es die Meerestiere über die Nahrung auf. Außerdem gelangt das Mikroplastik über Klärschlamm auf unsere Felder als Dünger und damit wieder auf unseren Teller. Es gibt Hinweise, dass wenn man zum Beispiel einen mit Mikroplastik kontaminierten Fisch verzehrt, Mikroplastikbestandteile über den Darm resorbiert werden können. Doch wir alle können etwas dazu beitragen, um Plastikmüll und Mikroplastik zu vermeiden. Ganz grundsätzlich sollte man als erstes mal darauf verzichten, Einwirkplastik zu benutzen, wo immer es möglich ist. Also von der klassischen Einkaufstüte bis hin zum Duschgel oder bis zur Handseife. Und dann gibt es natürlich auch noch Inhaltsstoffe. Also es werden wirklich in Produkten, gerade im Kosmetik- und Pflegebereich, Mikroplastik direkt in die Rezeptur gegeben. Und das ist erstens komplett unnötig, das braucht man nicht. Und man kann als Konsument natürlich auch darauf achten, Produkte zu kaufen, die frei von Mikroplastik sind. Und da gibt es mittlerweile viele Alternativen am Markt und auch in der Verpackungsindustrie tut sich einiges mittlerweile. Everdrop produziert all seine Körperpflegeprodukte zu 100 Prozent ohne Einwegplastik und Mikroplastik. Dabei würde aber bei vielen Produkten Mikroplastik die Reinigungswirkung verbessern. Doch die Entwickler des Startups haben einen Kniff gefunden, damit die Reinigung auch ohne so gelingt, wie wir es gewohnt sind. Wir haben mehrere Monate an der Zusammensetzung gearbeitet, um ein optimales Verhältnis zwischen Reinigungskraft, Hautverträglichkeit und das Gefühl nach dem Händewaschen zu finden. Außerdem sind alle Produkte Naturkosmetik zertifiziert. Und zusätzlich zu den Produkten in Pulverform werden auch feste Produkte, Shampoo, Conditioner und Duschseife angeboten. Die festen Produkte sind ebenfalls plastikfrei, nur in Papier verpackt, zertifizierte Naturkosmetik und super praktisch zum Reisen und lassen sich auch entsprechend gewohnt anwenden. Caroline will jetzt die Seife zum Selbermischen testen. Nachdem sich das Seifenpulver im Spender mit dem Wasser verbunden hat, kann man sich die Hände sofort waschen. Für den Test haben wir die Hände von Caroline mit Wasserfarbe angestrichen. Also ich bin wirklich rundum zufrieden. Meine Hände sind total weich und sauber und das Hautgefühl, was es hinterlässt, ist einfach wirklich klasse. Und ja, im Vergleich zum Seife-Selber-Kochen ist es wirklich deutlich simpler. Damit bin ich im Endeffekt total happy. Auch das Shampoo und die Spülung will Caroline ausprobieren. Das Haarewaschen war wirklich super. Das Shampoo liegt total gut in der Hand. Es schäumt richtig auf. Meine Haare fühlen sich weich an. Und ich glaube, auch der Conditioner hat nochmal eine richtige Geschmeidigkeit reingebracht. Jeder kann also einiges zur Vermeidung von Plastik und Mikroplastik beitragen. Denn fest steht, wie gesund wir sind, hängt davon ab, wie gesund unsere Umwelt ist.